Moin zusammen, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Vielleicht habt ihr ja eins meiner letzten Videos gesehen, da ging es um das Anker Solix Solarbank Dual System. Ich hatte ja schon vor zwei Monaten eins darüber gemacht, wie ich das installiert habe und dann zuletzt das Erfahrungsvideo. Ja, das ist bei euch auch sehr gut angekommen, aber es gab sehr viele Kommentare, die gesagt haben, ja, kann ich leider doch nichts mit anfangen, weil die Akkus sind für mich zu klein. Oder es kann keine Notstromversorgung oder es kann auch keine Nulleinspeisung. Und ich will auch noch mehr Leistung anklemmen und, und, und. Also all solche Sachen, die ihr speziell möchtet, das kann dieses System nicht. Und deswegen ist es vielleicht doch nicht die erste Wahl für euch. Ja, dann kann ich sagen, es gibt gute Neuigkeiten, denn ich habe Post von Anker bekommen. Die haben nämlich jetzt ein neues System in Planung. Das erscheint in wenigen Tagen hier, auch auf der Website könnt ihr das dann sehen. Das erscheint dann am 22. Mai, das heißt, das dauert ja nicht mehr lange. Dabei handelt es sich um ein System, wo ich sagen muss, als ich die Features gesehen habe, habe ich auch gesagt, wow, das ist ja die eierlegende Wollmilchsau. Also wenn hier noch Wünsche offen bleiben, ja, dann weiß ich auch nicht. Und das System möchte ich euch heute mal vorstellen, auch wenn ich es noch nicht live testen kann. Aber zumindest kann ich euch die Features schon mal ankündigen, was es alles können soll. Also ich mache euch dann so ein bisschen den Mund wässrig. Und wenn ihr euch für das System interessiert, die Links dazu habe ich natürlich hier unten in der Videobeschreibung. Und ja, jetzt würde ich aber sagen, legen wir los. Es wird also ein sehr spannendes Video also dranbleiben. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store & Charge, euren Experten für Ladezubehör. So, was hat Anker jetzt also angekündigt? Das ist ein neues System, das nennt sich Solarbank 2 E1600 Pro System. Also ihr könnt dort bis zu vier Solarmodule anschließen. Gut, das hatten wir ja schon beim Dualsystem. Aber eben wirklich vier Hochleistungsmodule, zum Beispiel die RS50B-Module von Anker. Die haben ja 540 Watt. Das sind dann also 2120 Watt oder so Eingangsleistungen, die ihr dort quasi in die Akkus schicken könnt. Und selbst dann ist es ja noch nicht ausgereizt, weil es kann bis zu 2400 Watt vertragen. Ja, und Speicherkapazität. Also Leute, haltet euch fest, das Dualsystem mit den 3,2 Kilowattstunden war ja schon für meine Begriffe relativ groß für so ein Balkonkraftwerk. Aber das Solarbank 2 E1600 Pro System, immer diese langen Namen, ist ja furchtbar. Das kann mit bis zu 9,6 Kilowattstunden Speicher ausgerüstet werden. Was? 9,6 Kilowattstunden für ein Balkonkraftwerk? Das ist ja völlig irre. Ja gut, ist es jetzt ein Riesenspeicher? Ne, ist es auch nicht. Es ist nämlich auch ein modulares System. Das heißt, es kann mitwachsen. Das heißt, ihr könnt bis zu sechs Module übereinander stapeln. Ihr könnt also klein anfangen und dann am Ende immer weiter wachsen, bis zu diesen fast 10 Kilowattstunden. Gut, 2400 Watt. Schön und gut. Aber was nützt es mir, wenn ich nur zwei MPP-Tracker habe, so wie beim Solarbank-System bisher? Ja, und auch das ist jetzt hier anders. Dieses System, das Solarbank 2 System, das hat nämlich vier MPP-Tracker. Das heißt, ihr könnt jedes Panel einzeln ausrichten und habt so optimalen Leistungsertrag. Und noch dazu kommt, dass der Wechselrichter, ja, der ist quasi in dem System komplett integriert. Das heißt, es ist ein All-in-One-System und ihr müsst nicht noch einen externen Wechselrichter anschließen. So ähnlich wie bei den bisherigen Akkumodulen von Anker ist es so, dass die neuen Module IP65 sind. Das heißt, staub- und spritzwassergeschützt, aber eben nicht für Wind und Wetter geeignet, das ganze Jahr irgendwie draußen völlig ungeschützt rumzustehen. Das heißt, entweder stellt ihr sie irgendwie unters Dach, in die Garage oder unterhalb der Panels. Dann sollte das gehen, aber eben auf keinen Fall die ganze Zeit bei Regen draußen lassen. So viel ist sicher. Jedenfalls mit diesem gesamten System rechnet Anker uns jetzt vor, man kann bis zu 2334 Kilowattstunden im Jahr erzeugen. Wohlgemerkt dann, wenn die Module optimal ausgerichtet sind und bis zu 902 Euro im Jahr an Stromkosten sparen. Also ist der Hammer, sodass sich eigentlich das ganze System, obwohl sie den Preis noch nicht sagen, unter fünf Jahren amortisieren soll. Also können wir uns jetzt den Preis ja schon mal ungefähr ausrechnen, wie hoch der sein soll. Wie ist das Ganze nun vom Design her? Das Ganze ist also ein All-in-One-Design. Das heißt, die Akkumodule werden übereinander gestapelt und der Wechselrichter ist in diesem einen, ich sag mal Master-Modul dazu, was eigentlich immer ganz oben sitzt. Da ist der Wechselrichter schon drin. Das heißt, ihr braucht also nur die Panels und die Akkumodule und einen Schuko-Stecker. Und das war es dann schon. Also Installation wahrscheinlich auch komplett einfach. Auf jeden Fall völlig DIY. Ja, Akkus LFP natürlich, die haben wieder 6000 Zyklen, wie bisher auch. Das ist eine super Zyklenzahl. 15 Jahre Lebensdauer gibt Anker an und eine Garantie auf die Akkus von zehn Jahren. Wenn wir mal davon ausgehen, dass wir so 250 Akkuzyklen im Jahr schaffen, dann sollte die Lebensdauer tatsächlich deutlich über der Garantie liegen. Das ist alles wirklich super, wie immer bei Anker. Und jetzt kommt die alles entscheidende Frage. Ja, wenn die Akkus jetzt irgendwie draußen oder halb draußen stehen, wie ist denn das im Winter? Im Winter, wenn es unter Null geht, ja, 11p-Akkus mögen Kälte nicht so. Früher hieß es dann, ja, dann sollte man die Akkus eben reinholen und das ganze System dann nur noch im reinen Solarbetrieb laufen lassen. Im Winter, da liefern die Panels ja sowieso wenig Ertrag. Hier ist es anders, denn diese neuen Akkus, die haben eine Akkuheizung integriert. Ja, das bedeutet, man kann das ganze System bis zu minus 20 Grad betreiben und es liefert immer noch Leistung und kann immer noch geladen werden, ohne Schaden zu nehmen. Ja, nächstes Kriterium. Wie ist das denn mit der Notstromfähigkeit? Ich habe ja nur meine Akkus und wenn irgendwie der Strom ausfällt, dann kann ich ja auch gar nichts ins Haus einspeisen. Da habe ich dann also 10 Kilowattstunden rumstehen, aber kriegt da keinen Tropfen Saft raus. Auch das ist hier anders, denn Anker hat ihm diesem ganzen System einen 1000 Watt AC Netzausgang spendiert. Das heißt, ihr könnt dann, wenn bei euch der Strom ausfallen sollte, aus dem riesen Akkuspeicher, den ihr dann möglicherweise habt, 1000 Watt Leistung rausziehen, also Spitzenleistung und damit meinetwegen einen Kühlschrank über anderthalb Tage locker betreiben. Also auch das ist abgehakt. Und wo wir gerade von Lebensdauer geredet haben, wenn wir uns nochmal die Panels anschauen, das sind ja die RS50B Panels, die haben ja 540 Watt jeweils und da sagt Anker, die Lebensdauer beträgt 25 Jahre und eine Garantie wird gegeben 12 Jahre. Also auch hier muss man keine Sorgen haben, dass das ganze System irgendwie versagt, bevor es sich überhaupt amortisiert hat. So und nun kommen wir zum besten Feature überhaupt, nämlich das Thema Nulleinspeisung. Da gibt es halt einen Smart Meter und das Smart Meter erkennt den Energiebedarf eures Hauses automatisch und passt die Leistung innerhalb von drei Sekunden an. Ja, wow. Und sogar im niedrigen Leistungsbereich zwischen 0 und 100 Watt, da soll in 1 Watt Schritten dieses Smart Meter im Prinzip das ganze steuern können, sodass ja kein einziges Watt mehr irgendwie verschwendet wird, dass ihr das irgendwie einspeist, ohne dafür einen Cent zu sehen. Und das ganze könnt ihr natürlich wie immer über die Anker App steuern und auch der integrierte Wechselrichter im Akku, der ist natürlich dafür vorbereitet, dass irgendwann die 800 Watt zugelassen sind und der kann dann über ein Update natürlich auch entsprechend in der Leistung erhöht werden. Ja, also auch dafür ist gesorgt, sodass ich echt sagen muss, also dieses System, das scheint echt wirklich genau das zu sein, auf das ganz viele gewartet haben. Und ja, wenn ihr euch jetzt schon registriert auf der Anker Homepage, dann könnt ihr 22 Prozent sparen. Also Frühbucher bekommen 22 Prozent Rabatt auf das System. Der smarte Zähler ist dann im Leistungsumfang enthalten. Und es gibt auch noch einen Zubehörgutschein von 50 Euro und ein gratis 30 Watt Solarpanel. Gut, das ist jetzt irgendwie was für unterwegs, um das Smartphone aufzuladen oder so. Aber all das sind die Vorteile, wenn ihr euch jetzt bei Anker schon irgendwie registriert für das System. Und damit habt ihr dann dieses Komplettpaket, was eigentlich keine Wünsche mehr offen lässt, zu einem riesen Vorteilspreis. Die Links sind wie immer unten hier in der Videobeschreibung. Gut, boah, ich will erst mal durchatmen. Also das sind wahnsinnig viele Informationen und zwar sehr gute Informationen, die Anker mir hier geliefert hat. Ich werde natürlich versuchen, irgendwann, sobald es geht, das System für euch mal zu testen und euch meine ersten Erfahrungen damit zu berichten. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von diesem System haltet. Ich meine, ganz davon abgesehen, dass es noch nicht auf dem Markt ist, aber es dauert ja nicht mehr lange, ein paar Tage noch. Ja, das war es für heute in aller Kürze. Kurze News aus dem Balkonkraftwerkbereich. Ich finde sehr gute News und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.